Hallo und herzlich Willkommen zum neuen Part Halo 3 ODST. Wir befinden uns in einer ganz schön kalten Angelegenheit hier. Wir, immer noch ich, Oliver331 und der Durian. Morgen. Morgen. Oder abends. So, wir sind immer noch mit dem Unbekannten unterwegs und müssen... Was schießt nicht auf mich? Achso, du. Wir sind immer noch mit dem komischen Typen unterwegs und müssen jetzt mal gucken, was wir hier machen. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du mich hören kannst. Ich weiß bloß noch, dass ich jetzt mit dem Panzer fahren darf. Panzer ist cool. Ja. So, auf jeden Fall mal einen Kontrollpunkt. Und hier ist ziemlich wenig los. Ich dachte, ich finde hier noch irgendwo eine neue Waffe, weil meine erste Waffe hat keine Munition mehr. Die andere ist eine Schrot. Ja, das ist nicht so schön. Was sind das hier? Achso, das sind die Käfer, nur wenn sie nicht fliegen. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Wo ist noch einer? Mit dem, was du gerade gemacht hast. Ah, okay. Hab ich gewusst. Oh, danke für den Hinweis. So, Munition ist wieder alles. Aufgeladen. Super. Ja, toll. Tür zu. Knöpfchen drücken. Ne, klopfen. Oh, was Neues. Ich dachte... Ach, egal. Wie heißen Sie doch gleich? Der Schweigsame. Rein. Sofort. Der Neue. Der Neue. Irgendwie hab ich schon wieder keine Untertitel mehr. Ach, scheiß drauf. Das fällt mir jetzt gerade so auf. Hier lang. Und zwar leise. Einige Idioten haben das Gebäude oben gesprengt und das ganze Nest geweckt. Darunter? Das ist der Superintendent. Die KI, die alle Systeme der Stadt steuert. Meine Mission... Unsere Mission ist, seine Daten zu sichern. Aber es gibt nur einen einzigen Weg da rein. Direkt durch das Nest. Natürlich, wie könnte es einer sein? Allein zu gehen wäre selbstmordig. Ich hatte auf mehr Verstärkung gehofft. Aber Sie müssen reichen. Deine Chancen haben sich gerade verdoppelt. Haben Sie die ganze Zeit allein? Haben Sie oben gekämpft? Verdreifacht sogar. Wenn Sie nicht die Nacht im Pott waren, müssen Sie einiges drauf haben. Beweisen Sie es. Jo, weiter geht's. Koop-Kontrollpunkt freigeschaltet. Na sowas. Das ist ganz was Neues. Gleiches Team! Gleiches Team! Kämpfen Sie sich durch das Nest zum Daten-Zentrums. Hau mal lieber Nacht sich dann, ich seh den. Aufpassen! Von wegen! Oh, ich hab gar keine Kanaten mehr. Ah, der fiel wieder mit seinem Blasenschild. Oh! Da war er dort. Oh, der hat noch eine neue Waffe. Yeah! Mehr Munition. Gott, die geht mir jetzt schon auf den Sack. Die dauert die ganze Zeit. Das läuft jetzt schon. Das ist bisher jeden am Sackgang, mit dem ich geredet hab. Beziehungsweise mit denen ich das gespielt hab. Okay. Na dann. Das haben Frauen ebenso an sich, die reden aber auch zu viel. Selbst in Videospielen. Ah, ich weiß. Wir müssen sprengen. Wir müssen sprengen? Okay. Meinetwegen. Ja, noch ein Chor am Kontrollpunkt. Und... gesprungen. Au! Ja, eine Abrollaktion wär jetzt auch gut gewesen. Für was denn das sind vier Medi-Cats? Ja, aber das geht um Prinzip. Achso. Aber das sieht hier schon recht futuristisch aus. Aua. Ihr was? Ich hab für so einen Schakal gerade 700 Punkte gekriegt? Ja, lol. Seit neuestem kann man ja mal schlagen, wenn er nachlädt. Ähm, okay. Ja, das ist ja auch... Die sind ja nur singeläufig fähig. Cheater. Das ist mir ein Killy-Cloud, glaube ich. Nee. Gott, dann eben nicht. Hier ist nichts. Achso, da durch die Tür. Wieso übersehe ich die großen Türen immer? Es wird wärmer. Wir müssen direkt unter dem Nest sein. Gehen Sie über die Brücke. Vielleicht geht's da nach oben. Hm, glaub ich nicht, Tim. Ich geh einfach die andere... Brücke. So. Gernst du wohl jetzt wissen. Soldat, hier lang. Ja, ist ja gut. Wir folgen dir. Warum gibt's hier so ein riesen... Warum gibt's hier so ein riesen... Warum gibt's hier so ein riesen Gebiet, wenn... ...wir hier vorne nur zum Fahrstuhl laufen sollen? Vielleicht müssen wir da nachher zurückrennen. Vielleicht. Vielleicht doch nicht. Passt du nach oben. Nächster Halt. Varga, Zentrale. Zentrale? Ich muss jetzt mal gucken, ob ich die Untertitel nochmal ankrieg. Spielsteuerung, Erscheinungs... Äh? Dieses Spiel ist nicht verfügbar, okay. Haha. Du Sack. Ich mach für die Zuschauer was, weißt du. Und du? Du tödest mich einfach. Ich hab gesagt, ich krieg nochmal ne Rache. Meine Untertitel sind auf irgendeinem Grundschul wieder auf automatisch gestellt. Obwohl es beim letzten Mal... egal. Wir müssen zusammenbleiben und schnell und leise vorgehen. Was? Ich bin kein Sam Fischer. Naja, dafür hab ich jetzt wieder aufgeladene Waffen. Das ist auch gut. Verdammt! Da sind sie! Vögel! Viecher! Fliegen! Fliegen, vor allem will ich fliegen. Ah, ha, 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 ha. Yeah! Kaputt! Mach kaputt, was dich kaputt macht. Für was leise sein. Weiß ich nicht. Damit nicht so viel fliegen sind. Ach, hier sind ja noch mehr von den Dingern. Wir können nicht zurück. Wir müssen weiter. Gut, dann... Weißt du eigentlich, wo es hingeht? Ähm, der alten hinterher. Haha. Hey, wow, das ist richtig fett aus hier. Kann man da nicht einfach ein bisschen C4 dran kleben und dann... weit weg gehen und den Knopf drücken? Hm. Fände ich ganz cool. Ah, davor geht's. Ah, das normale MG mit dem Visier ist ganz effizient gegen die Dinger. Ja, schon. Oder der Carabiner, wenn man zielen kann. Ja, aber der hatte auch nur ein einfaches Akkog-Visier. Um jetzt mal in Battlefield-Sprache zu sprechen, Alter. Uh. Ja, und da noch Gegner. Da. Oh, wir haben neue Intel-Daten. Retten Sie Super-Intent. Wo müssen wir eigentlich hin? Da, wo ich bin. Wo bist du? Da hinten. Ach, da. Oh, okay, ich wurde gespawnt. Gut, alles klar. Auch nicht schlecht. Okay, wo müssen wir hin? Da. In den Schacht. Uh. So. Core-Kontrollpunkt. Oh yeah. Ist das ein? Keine Ahnung. Ich habe jetzt gerade 770 Punkte für so einen flumberten Bruch gekriegt. Weißt du mal, vielleicht wegen Fernkampf und so'n Scheiße. Wahrscheinlich. Der mein Hammer ist schon tot. Das habe ich gesehen. Ne, eigentlich habe ich auch gerne eine Taste gedrückt. Ich bin ehrlich. Willkommen. Zugriff gewährt. Der macht Tür auf. Komm nicht weiter. Aufpassen. 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 Was zum Teufel? Also egal. Es macht mir nichts. Also. Lass doch mal die Alte in Ruhe. Ich unterbreche das jetzt mit der Katzi. Schade. Schade. Boah. Geile Taschnuppe. Nicht schießen. Was ist das denn für ein Vieh? Die kennen wir schon von früher. Aber so nah waren wir noch nie dran. Irgendwie ein Aal. Soweit ich weiß, sind das Gefangene oder Sklaven. Jedenfalls mögen sie die Allianz genauso wenig wie wir. Den habe ich in den Tunneln gesehen. Er griff auf COMS, Sicherheitskameras, die Verkehrssteuerung zu. Auf alles. Schließlich kam er hierher. Der Rücken sieht aus wie flatt. Der MND nennt sie Ingenieure. Hält sie für eine Art biologischen Supercomputer. Wenn ich recht habe, hat dieser die Daten des Superintendent mit seinen eigenen kombiniert. Alles was wir über die Allianz wissen wollen. Wonach sie unter der Stadt suchen, ist hier. Direkt vor uns. Ich würde trotzdem sagen, wir sprengen ihn. Verdammt. Die Bagger haben den Alarm ausgelöst. Die Brutes sind wegen des Ingenieurs hier. Sie wollen ihn umbringen. Die Brutes sind wegen des Ingenieurs hier. Sie. Bleiben sie hinter mir. Okay? Bleiben sie hinter mir. Okay? Na dann backen wir uns mal den Weg. Bahnen wir uns mal den Back. Was denn? Ich krieg's eh nicht. Eigentlich hatte ich gerade so im Hinterkopf so ein geiles Bordspiel. Aber ich krieg's grad nicht gebacken. Gebacken. Der war jetzt gut. Na ja. Wow, sind da viele. Ich bin tot. Ich bin auch grad ein bisschen. Warnung, Ingenieur ist schwer verletzt. Ja wo ist denn das Vieh? Ja. Müssen wir jetzt, oh nee, müssen wir das Vieh jetzt verteidigen? Ja klar. Ach du Scheiße. Der Ingenieur ist tot. Ach nee. Eine Verteidigungsmission kann ich ja gar nicht leiden. Aber ich glaub das kann nicht drauf gehen. Es ist gerade drauf gegangen. Wirklich? Ja, er stand auch oben. Ingenieur ist tot. Super. Das ist mir auch noch nie passiert. Und wir spielen auch normal, ne? Also was heißt das immer bei dem komischen Vieh bleiben? Verteidigen. Wir werden verblöd vorstürmen. Das ist voll unrealistisch. So, hier ist das Vieh, okay. So, hier ist das Vieh, okay. So, wo ist denn das dämliche Vieh hin? Da. Ach, da vorne, okay. Es heißt sogar wie die KI. Das ist der Ausgang. Gehen Sie durch die Tür. Anfänger, ich brauche hier Hilfe. Los. Fall du Vieh, sonst fall ich auf die Truppe. Ja, klappt sogar. Ah, fliegen. Wegen dieses Objekts. Also ein Brutgewehr ist nicht geeignet für die Viecher. Ja. Ah, ist Drohnen. Wo war's? Da war's. Hey, Buck. Alles klar. Das Viehm hat aber lustige Geräusche. Gut, wir haben hier gerade eine kleine Feuerpause. Deswegen sage ich mal, bis zum nächsten Part, liebe Damen und Herren. Faut da noch ordentlich rinnen und tschüss. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Na, Platz, liebe Auf Wiedersehen. Vielen Dank.